Hallo liebe Danzer, das ist eine kurze Erklärung für den Tanz Du, gemeinsam kölgrafiert mit Günther Wohler. Es ist ein absolut Beginn an zwei Reise-Towns, vier Wände und ein kleiner Tag. Die ersten acht beginnen mit drei Schritten nach vorne. Rechts, links, rechts und ein Point links zur Seite. Jetzt zurück, links, rechts, links und ein Point rechts zur Seite. Die zweiten acht, ein Great Line, rechts, Seite, links hinter kreuzen, rechts, Seite und ein Touch links dazu. Wer mag auch eine Rolling Line, Viertel Drehung, Halbe Drehung, Viertel Drehung, Touch. Ein Great Line, links mit Drehung und Rush. Links Seite, hinter kreuzen, Viertel Drehung links und links vor und mit dem rechten Fuß ein Rush, rechts neben links. Die dritten acht, rechts vor, Kick links, links zurück und ein Touchback mit rechts. Dann wiederholt sich das, Schritt, Kick, Rücktouchback. Die letzten acht. Out, out, kleiner Schritt rechts, Seite, kleiner Schritt links, Seite. Hold oder wer mag klatschen. In, in. Mit rechts zurück zur Mitte. Links dazu schließen. Hold oder wieder klatschen. Ein, 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 ein Chestbox, rechts kreuzen, links zurück, rechts zur Seite, links vor und dann beginnt es von vorne. Geht sie. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Great Line. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Brush, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, hold, zwei, oder klatschen. Und drei, hold, vier. Chestbox, fünf, sechs, sieben, acht. Am Ende der zweiten, siebten Wand gibt es einen kleinen Tag nach der Chestbox. Ein rocking chair, rock, vor, rock, rück. Eins, zwei, drei, vier. Und dann beginnt es wieder von vorne. Das ist du gemeinsam mit Günter Wolle. Wir wünschen euch viel Spaß beim Tanzen.